Hast du gehört von Jan? Ja, der Jan! Nein, der Ander! Es geht ins Gerücht um, er sei runter gegangen. Aber? In den Nebel? Eben, aber in den Nebel. Man sagt, dort unten gäbe es eine Art Zwischenwelt. Wenn die hochschauen, sehen sie uns nicht und die Berge gerade gar nicht. Man sagt, sie sehen nicht einmal den blauen Himmel. Gespunen. Gespunen. Nebel finden Sie bei uns höchstens im Thermalbad. Und das ist beim Skibadepass sogar inklusive. Mehr Informationen auf skuel.ch